Jollt, ich bin's wieder, Albert Malf, und willkommen zurück zu einem alten Video. Ja, ich nehm' gerade wieder Black Ops 2 auf. Und ja, das ist nicht das Gameplay schlechthin, einfach nur so. Es wird auch nicht so langsamer werden, sondern einfach nur Gameplay. Boah, Juchtson, es ist ein 23 zu 7, also jetzt nicht. Wow! Ich muss auch noch meine schöne 1.94 freischalten, also, ja. Da, schöner FL-Trigger-Finner. Geht die Munition aus wie nix. Ja, also, ja, schönen Doppelkerl mal. Ich wollte einfach nur sagen, es tut mir leid, dass ich das eine Video nicht hochgeladen bekomme. Ja, das ist scheißig alles. Auf jeden Fall, das Video wird jetzt ganz sicher kommen. Also, dass wir ganz sicher mit Glück heute noch hochkommen. Heute ist er. Äh, 28. Ja, schon. Ähm, ja. Ich hab's, äh, morgen Schularbeit, aber, ja. Ich muss wieder ein Video bringen, wenn ich es unbedingt angekündigt habe. Ich muss sicher mich dran halten, also. Ich hab keine andere Wahl. Und, ich glaub, ich verklag Amazon bald, weil, ja, dieses Spiel, also, das Spiel selber hab ich ja schon. Battlefield 4, das hab ich ja schon beim, äh, Geburtstag erwähnt. Äh, die Festplatte ist auch immer nicht gekommen. Und sie haben gesagt, ich bekomm's entweder Mittwoch bis Freitag. Heute ist Mittwoch. Ich hab's auch nicht bekommen. Wenn ich dann morgen auch nicht bekomme. Wenn ich dann Freitag auch nicht. Dann, ja. Dann, ja. Dann gibt's ja Schöller. War keine Leichte. Ja, gut. Ich hab, wie ihr gerade, eigentlich nur das zu besprechen gehabt, also ich, ja, mich langsam richtig aufreg' über Amazon. Dass sie diese verdammte Festplatte nicht bringen. Und da steh ich für, ja, das scheiß Besser da. FB. Also ich execute TV, bester Name. Ich hab mir auch, äh, also ich hab jetzt noch 46 Euro, glaub ich, oben auf der Xbox. Und da werd ich mir die ganzen DLCs jetzt für Black of Psycho kaufen. Mein DLC hab ich mir schon gekauft, das Uprising DLC. Und die anderen kann ich mir eben nicht holen, weil ich ja die dämliche Festplatte nicht habe. Wow, es regt zu auf. Ach. Wirklich. Ist beschissen. Wirklich beschissen ist es. Wie gesagt, das wird es auch nicht so lange gehen, dieses Video. Habt ihr gesehen, wird fünf Minuten gehen. Mehr nicht. Ja. Gibt's nicht wirklich viel zu sagen. Nur, dass ich hoffentlich morgen diese verdammte Festplatte bekomme. Ich weiß gar nicht wie scheiße es ist. Ich hab's seit Samstag, ja. Seit Samstag hab ich ein Spiel, das ich unbedingt wollte. Ich glaub das kennt jeder. Es war ein Spiel, das man unbedingt wollte. Man kann es nicht spielen. Das ist so schlimm. So schlimm ist das. Wirklich. Ach. Gott. Don't worry about the day. Don't worry about the day. Don't worry about the day. Ah, gutes Lied. Den letzten Schluss noch getötet. Ja, ich hab mir so, ähm, in letzter Zeit so einen kleinen Triggerfinger angewendet, was keiner weiß, was das ist. Ein Triggerfinger ist das, wenn man mit einer Einschusswaffe so schießen kann, wie mit einer, ja, mehr wie ein Stunkwerk zum Beispiel. Das ist richtig schnell so das, 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 das. Das ist ein Triggerfinger. Na gut. Mehr will ich nicht wirklich so sagen. Und, ja. Ich kann mir gleich zu den letzten Kills. Da, schon vom Camper weggeholt. Dann füllen es noch. Den letzten mach ich nicht. Ich war nämlich kurz davor vom letzten Gehle. So, der ist kommis der erste Gehle. Und der hat ihn gemacht, ich hab noch drauf geschossen. Das war's Leute, ich hoffe euch hat's gefallen und haut rein!